Hi Leute, hier ist wieder Mr. Commanderblei66 und ich zeige euch heute meine kompletten Jedis aus Lego Stars, also alle, die ich gerade besitze. Also ich habe eigentlich nicht so gut wie alle außer Shakti, CCT, die beiden nur in 2011 war und Isla Secura. Sonst habe ich eigentlich alle. Natürlich nicht von den Episoden, da brauche ich noch Ben Kenobi und zwar von Clone Wars. Okay, da fange ich mal an. Also erstmal ist hier Obi-Wan von Episode 3 von Utapau. Den Umhang und den Rest eben mit dem Obi-Wan Körper. Dann ist hier Mace Windu vom Attack Shuttle. Hier so, mit dem er nicht hört. Ja. Dann ist hier Yoda vom AAT. Das ist Böelsofie vom Swampspier. Dann Anakin vom ATT. Dann Plukon vom Gunship. Also ich habe ihn dreimal hier. Einmal vom Gunship. So. Einmal getauscht. Nein, der Kopf gehört nicht dazu, aber der Körper eben. Und der echte Kopf von ihm jetzt habe ich einfach weggetan, weil ich meinen eigenen Jedi gemacht habe. So. Und wartet, ich hole mal schnell meinen dritten. Ja. Ja. Ja, und dann ist hier noch der dritte, so, von seinem Starfighter, weil ich einfach diesen Astromit noch brauchte, so in diesem R7D4, geil. Ähm, dann geht's weiter, ja, dann ist hier Nadal Web, vom Jeno Green Starfighter, dann Ahsoka Tano, vom ATTE, irgendwie finde ich jetzt nicht mal das Lichtwert von ihr, ich weiß auch nicht wieso, aber, also sie hat ein grünes, weiß bestimmt auch jeder. Dann Kit Fisto, vom ARK170, ja, ähm, grünes Lichtschwert, ja, dann Obi-Wan, ähm, ja, Leute, ich musste ein kurzes Cut machen, ich hatte eine Hausaufgabe vergessen, egal, dann jetzt, dann bei Obi-Wan, dann Obi-Wan von Gunship. Ja, und dann noch als allerletztes, ein selbstgemachter Jedi, ja, Jedi, ja, jetzt hab ich schon Jedi, wie im Film, im Blickfilm, meinen letzten, ähm. Ja, wieder ein Cut, meine Mutter ist ins Zimmer gekommen, dann ist das noch der selbstgemachte Jedi, also er hat den Kopf von Luke, die Haare, diese Dings. Ähm, solche, die hat, glaub ich, fast jeder, so, so, glatt, wie heißt, die Körper von Luke und. Ja, also, das war erstmal meine Klonarmee. Und wundert euch auch nicht, wenn jetzt in den nächsten Tagen keine Videos kommen. Ähm, ja, ich mach ziemlich oft Videos, weil ich hab jetzt innerhalb von drei Tagen acht Videos reingestellt. Das ist ein bisschen viel, aber, also ich hab den Channel erst seit drei, vier Tagen und schon zwölf Abonnenten, wirklich, danke, Leute. Bei 30 Abonnenten mache ich, ähm, Dings, ein Contest oder ein Special. Also bei 30 erstmal ein Contest, ähm, dann bei, vielleicht mach ich auch bei 20 ein Special und bei 30 dann ein Contest. Also sicher bei 30 ein Contest, ähm, ja, also abonniert, kommentiert und bewertet. Tschüss.